so was geht mein franz willkommen zurück auf meinem kanal heutiges thema ihr euch wer erkennen könnt eine wirklich fette gigantische neue map ich zeige es euch mal ja also die liebe ich die map wir können von diesem arschpunkt besser ein bretter das ist alles straße 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 die geradeaus bis zum wat weiß ich auch nicht hinter mir das geht meilenweit und das geiles neue fette fahrzeuge als steht hinter mir und zwar unimog geil war und das ding ist ihr könnt es ja sehen ich habe so gefühl die neuesten updates mit die neuesten autos und ihr seht auch die schalter ihr könnt alles bedienen alles leider kann das kein ich habe das ist ein feuerwehrauto oder so keine ahnung das ist glaube ich von martin oder so schwöre wenn das spiel online modus hat ich werde sucht denn ihr müsst euch überleben okay es ist ein online modus ist eine mod die installiert ist aber oder die verfläche realistisch das ist ich meine wenn die da in online server macht ne ich würde ich würde alle am besten noch mit tanken der ich schwöre ich würde suchten 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 so detail drei wie dieses fahrzeug ist also es hat hier links wurde ja keine ahnung wie die kugel mal bei der ding braucht eine zeit um fahren zu kommen wenn wir komplett einschlagen hatte schwierig und natürlich die sirene also guck dich das an wir können jeden rotz bedienen mehr ist hier nicht drinnen wir können wir können die fahrzeuge austesten ja mit geschwindigkeit den mclaren können wir durchballern das ist das next level ihr seht wüste 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 überall wüste einfach nur straße im nichts wüste 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 habe mir so gedacht die map ist neu die kennst du ja nicht schnell guckst du mal rein ne also wie schnell fern dieses vieh ja aber bruder allein dieses fahrzeug und vollbremsung marschallah digga aber das ist natürlich nicht das einzigste fahrzeug guck mal an was für neue funktionen alter digga ich schwöre ich liebe dieses game holt es euch wir haben natürlich den dazu bekommen ja ich noch gar nicht gibt es war das spiel so gerne holt es euch ohne scheiß das ist so geil ich bin doch bots installieren von fahrzeugen wie ihr das macht habe ich auch an der hochgeladen was ist das denn ah nice ok das ja ich verstehe und also das sind bis jetzt die einzigen fahrzeuge die neu sind aber wir werden jetzt unbedingt diesen mclaren ausprobieren den baller war durch bis um je nicht mehr aller der muss fetzen weil wir können nur gegen klatschen also theoretisch ich habe das doch aber ja das ihr solltet ihr schon mal abonnieren und liken und glock aktivieren damit keine weiteren videos von diesem scheiß hier verpasst aber ich werde mal sagen let's go ausleckt die web kommt nicht hinterher komm komm 200 komm 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 scheiße kurve 200 upsala oh nein hier ist ende also theoretisch ich muss einmal hier vorbei ja 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 ich sagte ich muss einmal hier vorbei ja külter ja darf ich darf ich darf ich darf ich darf ich einmal jetzt gott boah ich wollte gerade sagen ich habe es geschafft okay hier ist ende map theoretisch wir gucken was passiert oder das biest alter ende weiter 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 scheiße anfall runter 200 easy bruder einfach geil gut 210 macht das ding nicht mehr mit ich würde sagen wir sehen uns im nächsten auto bis gleich und natürlich darf unser lieblingsauto nicht fehlen und wir testen mal let's go würde ich mal sagen ne also von null auf hundert wisst ihr bescheid der ding geht ab wie keine ahnung ne aber bruder haben wir mal wirklich so einen test gemacht wie ja ich glaube schon aber jetzt geht es richtig also holt euch wirklich das game testet euch aus wat ich bin enttäuscht das war's mit dem video wir sehen uns beim nächsten mal tschö mit ö ö ö ö Outro